Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir lassen uns garantiert nicht fertig machen von diesem Schweißleben. Aber bild dir bloß nicht ein, du könntest den Lauf der Dinge ändern. Ich habe Fähigkeiten. Die habe ich mir selbst beigebracht. Die Zitadelle liebt die Kontrolle. Wenn sie jeden reinlassen würden, dann hätten sie nicht genug Vorräte. Sie haben uns alles genommen. Ich muss die Samen entschlüsseln. Dann könnte ich sie fruchtbar machen. Wir müssten nie wieder hungern. Ich heiße Camellia. Vesper. Sie unterliegt nicht unserer Verantwortung. Sie ist von der Zitadelle. Sie wird uns dorthin bringen. Los geht's. Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird kein Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vesper, du könntest die Welt verändern. Das ist die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020